Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video und wir spielen heute Jurassic Planet. Wie ihr schon unschwer können könnt, hier am Hintergrund. Das Ganze kann man kostenlos runterladen. Der Link dazu ist auch unten in der Videobeschreibung. Allerdings müsst ihr bedenken, ihr müsst dazu am Discord beitreten und dort könnt ihr das Ganze runterladen. Bei dem Spiel kann man Jurassic Park 1 besichtigen, also alle Szenarien aus dem ersten Film, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe das Ganze mal schon vor einigen Wochen bei Gaming Beaver gesehen, fand das sehr cool, habe da aber auch nur so ein bisschen reingeschnuppert. Also ich habe das Video mir nicht ganz angeguckt und ich würde sagen, wir erkunden das heute mal so ein bisschen gemeinsam. Sah sehr, sehr gut aus, das Spiel. Sind wir im Hauptmenü und hier wählen wir natürlich Spielen aus, Play Game. Und dann haben wir vier verschiedene Modi zur Verfügung, nämlich Jurassic Park, das werden wir gleich machen. The Lost World Jurassic Park, das ist der zweite Teil, der ist leider noch nicht verfügbar, der ist noch ausgegraut. Ein Survival Mode, ich habe keine Ahnung was das ist. Und einen Showcase Room, werden wir nachher auch noch angucken, aber erstmal geht es jetzt in den Jurassic Park. Das Spiel sieht auf jeden Fall wunderschön aus, deswegen wollte ich das unbedingt mit euch spielen. Isla Nubla 2002. Das heißt, ich gehe davon aus, dass der Jurassic Park schon ein bisschen fertiggestellter ist als im ersten Film. Weil der erste Film spielt ja 1997, ne? Hat mich nicht alles täuscht. Das dürfte dann ein Jahr vor dem zweiten Film sein, also vor The Lost World. Okay, dann bin ich ja echt mal gespannt. Wir sind jetzt hier am Helikopterlandeplatz. Wunderschön aus. Richtig geiler Wasserfall. Hier ist der Helikopter, mit dem man landet. Sieht auch alles total originalgetreu aus. Haben wir auch schon mal nachgebaut in Jurassic World Evolution. Auch hier die Markierung auf dem Landeplatz. Hier noch so ein paar zusätzliche Kisten, aber das macht ja auch Sinn. Und natürlich die beiden Jeeps. Ist das wunderschön. Das Ganze ist natürlich basierend auf der Unreal Engine, die ist sowieso mega nice. Ah, es sieht richtig schön aus. Oh, was ist denn hier? Welcome to Jurassic Planet. Head into one of the Jeeps. Okay, wir sollen mit den Jeeps fahren. Oh, man kann in den Heli. Ach du Scheiße. Wie mache ich das? Oh Gott. Mayday, Mayday. Okay. Oh. Oh Gott. Die Störung ist ja komplett verwirrend. Oh, jetzt habe ich es langsam verstanden, wie man damit fliegen kann. Das hat jetzt echt gedauert. Holy shit. Oh, wir stürzen immer noch ab. Wir haben ein Problem. Boah, ich muss hier raus. Ich hätte jetzt gerne einen Rundflug mit euch gemacht, aber die Steuerung ist echt verwirrend. Wir fliegen mal ganz hoch und springen raus. Mal sehen, was passiert. Und jump. Oh Gott. Wo fliegen wir denn jetzt hin? ins Wasser. Platt. Ja gut, ne? Dann sind wir ja ohne Fallschaden gelandet. Auch nicht schlecht. Naja, gehen wir mal wieder zu den Jeeps. Wartet mal, wo ist eigentlich der Heli? Ach so, der schwebt da oben noch. Auch nicht schlecht. Aber der hat sich sowieso doof gesteuert. Fahren wir lieber mit diesen wunderschönen Jeeps. Gehen auch so gut aus, die Models, ne? Die Grafik ist richtig nice. Hier gibt es auch Dinosaurier zu sehen in dem Spiel. Okay, die Steuerung hier ist schon mal relativ angenehm. Kann man auch auf Ego-Perspektive irgendwie wechseln. Okay, ich musste nochmal ganz kurz einmal das Spiel neu starten, um die Steuerung nachzugucken. Hier können wir die Perspektive wechseln. Von Ego-Perspektive sieht das ja noch nicer aus. Hier kommt die erste Abzweigung. Schauen wir gerade aus, ne? Ich denke schon. Ich weiß jetzt nicht, was links ist. Wir werden, denke ich mal, oder ich hoffe, alles erkunden. Ich weiß nicht, wie groß das Ganze hier ist. Aber als erstes geht es natürlich jetzt hoffentlich gleich durch die Schleuse. So habe ich es zumindest in Erinnerung beim Film. Oh, Visitor Center. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Hier ist nämlich schon die nächste Abzweigung. Ich denke mal, da müssen wir hier lang. Diese Schleuse habe ich jetzt gar nicht gesehen, die im Film zu sehen ist. Wo sind wir denn hier überhaupt? Kurz aussteigen. Ein Abflussrohr und ganz viel Wasser. Weiter geht's. Ja, auch mal wieder so ein bisschen fahren, dann sehen wir mehr. Nicht, da kann man auch an- und ausschalten. Das ist vielleicht für später gut, falls es noch Nacht werden sollte. Und man kann sogar hier Radiosongs ändern. Die kann ich leider jetzt nicht ändern. Wegen YouTube sind die leider nicht angeschaltet. Sonst wird mir das Video gesperrt. Naja, macht ja nichts. Kommen wir mal hier ein bisschen entlang. Genießen die schöne Landschaft. Sieht wirklich wunder, wunderschön aus. Hier ist schon das erste Gehege. Gibt's ja auch Dinos drin. Der Zaun ging jetzt ein ganzes Stück und hier war nichts zu hören, nichts zu sehen. Wart mich ja, ob hier was drin ist. Vorsicht, 10.000 Volt. Danger. Hm. Na, macht ja nichts. Geblendet werden wir auch. Hier geht's durch eine Schleuse. Steigen wir mal wieder ein. Wander mal durch. Mal schauen, ob die auch richtig aufgeht. Ja, macht sie sogar mit einem coolen Geräusch. Oh, hier kommt ein größerer Zaun. Das sieht nach einem gefährlichen Gehege aus. Fleischfresser? Raxi vielleicht? Oh, da vorne sehe ich schon die Aviary. So ein schwieriges Wort. Die Vogelkuppel. Ja, wo sind denn die ganzen Dinos? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier in dem Spiel Dinos gibt. Aber kann natürlich sein, dass noch nicht alle Dinos implementiert sind. Weil das ist alles noch eine Vorab-Version und so. Wird noch alles weiterentwickelt. Dann fangen wir einfach mal weiter. Wir werden schon noch früher oder später ein Dino zu Gesicht bekommen. Ey! Ich bin gerade ausgestiegen. Er rollt einfach weg. Wie frech. Ich wollte euch nur die Kuppel zeigen. Jeep, bleib stehen. Ey, der fährt einfach weiter. Oh, er ist hängen geblieben. Gott sei Dank. Meine Güte. Da wollte ich euch nur die Kuppel zeigen. Und der Jeep fährt direkt davon. Da habe ich wohl irgendwie den Gang nicht rausgemacht oder so. Halten wir nochmal kurz an. Der rollt halt immer ein bisschen weiter. So sieht die Kuppel aus. Mega cool. Ich sehe da aber nichts drin herumfliegen. Hm. Vielleicht können wir da auch gar nicht rein. Doch, Wasser. Passt aus wie so ein Wassergehege oder so. Oh, hier gibt es so viel zu entdecken. Und es sieht einfach so gut aus. Das ist echt richtig nice. Ja, da geht's. Oh, das sind die ersten Dinos. Oh. Habt ihr das gesehen? Da waren Triceratops. Und Brachios. Oh mein Gott. Nicht wegrollen, Auto. Oh, ist das schön. Die ersten Dinosaurier. Triceratops. Und Brachios. Wie wunder, wunderschön. Geht nur durch der Schrei. Wenn die mich dann angreifen oder so. Habt ein bisschen Angst. Geh mal ran. Bleib bitte friedlich. Mach keinen Ärger. Das ist wunderschön. Ich scheine aber wirklich frei rumzulaufen. Das würden die nicht so gegeneinander laufen. Oh, er schreit. Ein wunderschöner Brachio. Weicheln wir ihn mal. Ah, wir können durch ihn durchlaufen. Oh. Nicht platt machen. Guck mal her, Triceratops. Eine kleine Racker. Scheint uns aber auch nicht zu beachten. Wer läuft denn zu unserem Auto? Nee. Guck mal her. Hey. Er hat voll Angst vor uns. Schreit uns aber auch an. Mega nice. Gehen wir mal wieder zum Auto. Können wir dagegen fahren oder so. Das interessiert mich ja. Ah, okay. Man kann dagegen fahren, aber Schlimmes ist jetzt nicht passiert. Und nur ganz leicht weggeschoben. Ah, es geht. Schadensmutter gibt es leider nicht. Aber da hoppeln sie durch die Gegend. Wirklich wunderschön. Das ist echt toll in so einer schönen Landschaft, ne? Ah, schaut mal, welche Szene wir hier haben. Das ist hier die Szene aus Jurassic Park. Welcome to Jurassic Park. Dann wird hier hingeschwenkt. Die zwei Brachios sind sogar passend da. Und hier nur noch die Paras da unten am Trinken. Wirklich toll. Von den Größenverhältnissen nicht ganz richtig. Ist ein bisschen zu klein alles. Aber das macht ja rein gar nichts. Ist das riesig. Wir fahren jetzt aber weiter. Kann auch gut sein, dass es hier sogar eine Aufgabe oder Quest oder so zu erledigen gibt. Vorhin war ja auch diese Hand da mit der Ansage, wir sollen ins Auto steigen. Mal schauen, ob wir da noch was herausfinden. Oh, hier steht ein Jeep. Sollen wir jetzt hier parken oder was ist... Oh, das ist ein anderer Jeep. Da ist ein Dach drauf. Na gut, bei dem Wetter hätte ich, glaube ich, lieber das Cabrio. Da kann ich nicht sagen, schön mit Dach. Das Cabrio um einiges nicer. Oh, hier sind schon diese Schienen für die automatischen Fahrzeuge. Bin mal gespannt, ob wir die später auch fahren können. Und hier ist das Visitor Center. Yay, nice. Aber das ist noch wie im Film, im Bau. Hier stehen noch die Baugerüste und alles. Die sieht man im Film ja auch. Sieht ja richtig cool aus. Stellen wir mal schnell aus. Machen wir uns hier mal die Sicht, wie es im Film ist. Ja, sogar Musik. Ganz leise Jurassic Park Musik. Oh ja. Das ist ja wunderschön. Von hier ist dann die Kamera. Die beiden Jeeps fahren davor. Sieht genauso aus wie im Film. Ah, wie toll. RIP YouTube Video. Aber die Musik ist einfach zu schön. Hier ist auch das Wasser. Das ist ja richtig cool. Hier ist das Raxi Skelett. Dann dieser coole Banner, der am Ende auch dann wegfliegt, wenn der Rex hier brüllt. Genau in der Mitte. Als er gegen die Raptoren gekämpft hat. Ja, richtig gut gemacht. Kriegt gerade richtig Filmfeeling hier. Vielleicht kommen wir auch gleich noch in die anderen Räume, die man aus dem Film kennt. Wie zum Beispiel Eis essen. Oder die Security-Räume oder so. Die Tür ist das hier leider nicht. Ich glaube, wir müssen nach oben. Weil diese Räume müssten ja eigentlich auch alle hier in dem Visitor Center gewesen sein. Nicht alles täuscht. Scheint hier aber noch alles nicht ganz fertig zu sein. Zumindest so aus. Boah, jetzt können wir ihn nochmal von oben sehen. Riesiges Skelett. Den würde ich gerne lebendig sehen hier. Das wäre nice. Das ist alles hier noch nicht fertiggestellt. Ich glaube, viel mehr gibt es hier nicht zu entdecken. Sieht aber echt cool aus von innen. Ein letzter wunderschöner Blick auf diese Kulisse. Und dann gehen wir wieder. Mal sehen, wo uns der nächste Weg hinführt. Oh, was kommt denn da? Da kommen die beiden Fahrzeuge. Dann geht es wohl doch nicht zu den Raptoren. Dann geht es jetzt erstmal mit dieser Tour. Boah, die fahren sogar selber. Ja, ich kann auch hier Nachtsichtbrille aussetzen. Okay, das ist ja krass. Oh Gott, jetzt bin ich ausgestiegen. Wir kriegen sogar so Ansagen und alles. Das ist halt echt mega gut gemacht. Die Autos sehen auch richtig gut aus. Die Ford Explorer. Auch von innen und so. Da liegen so richtig die Sachen drin. Können wir uns auch nochmal umgucken. Nachtsichtgeräte. Oh, da läuft sogar ein Film. Die Flyer, die Gläser Wasser, wo man dann die T-Rex-Guss-Stapfen hört oder sehen kann. Im Glas Wasser. Ihr wisst, was ich meine, ne? Schauen wir uns, was das hinführt. Wir müssten jetzt ja eigentlich erstmal zum Dilophosaurus-Gege kommen. Ah nein, wir kommen natürlich als erstes zum Jurassic-Park-Tor. Das will ich ja ganz vergessen. Schon wieder so lange her und ich bin immer so vergesslich. Obwohl ich alle Szenen selber nachgebaut habe. Jetzt bräuchten wir nochmal Jurassic-Park-Musik für das Feeling. Oh, das passt ja sogar mit der Ansage. Oh, wir kriegen Musik. Oh, das ist ja so nice. Oh, ist das schön. Jetzt biegen wir hier rechts ab. Ah, jetzt kommt der erste Zaun und das erste Gehege. Ne, leider keine Dinos drin. Zumindest habe ich keine gesehen. Nächstes kommt aber hier schon ein weiteres Gehege. Sieht hier aber noch ein bisschen unfertig aus. Hier fehlen mir ein bisschen Bäume und so. Aber hier sieht es dann wieder ein bisschen fertiger aus. Und da sind auch Dinos. Ich glaube, das sind wieder die Triceratopse da hinten, ne? Ja, stimmt. Da hinten sind die Brachios, die Triceratopse. Die hoppeln da fröhlich umher. Man sieht nur den Brachio-Hals da ein bisschen. Jetzt sind wir nämlich auf der anderen Seite hier vom Wasser. Und jetzt geht es hinein durch den Nebel. Bin gerade echt gespannt. Oh, da sind wirklich... Oh, die fliegen da. Oh mein Gott. Wie nice. Die haben alle so eine Sicht, ne? Ja, das ist Wärmesicht. Funktioniert sogar. Schade. Ich hätte gerne rangezoomt so ein bisschen. Muss ich sagen. Oh, da fliegen sie. Da kann man sich sogar reinsetzen. Da fliegt auch einer. Ja, Jurassic Park Aviary. Da kann man sogar reingehen. Das sind Gebäude für die Besucher. Würde man gerne einen von nahen sehen. Diese ganzen Gänge sind da auch mit den Gittern. Das ist ja awesome. Hier ist ja auch richtig cooles Feeling. Schade, dass ich so nicht hochgucken kann. Ich kann leider nur aus dieser Perspektive gucken. Oh, da fliegt er. Wirklich wunderschön. Gut, dass wir so ein Panoramordach hier haben. Oh, schade. Es geht mir jetzt ein bisschen zu schnell. Ich hätte es gerne noch länger genossen. Irgendwo zu meiner Linken ist noch was. Steigen wir aus, Leute. Da. Da ist wirklich ein Dino. Kommen wir da rein. Oh, ein Stego. Bei Stegos. Oh, wie cool. Wir können die auch gleich wieder einholen, die Tour. Wir sind schneller unterwegs zu Fuß. Komm mal näher, Stego. Vielleicht kommt er auch ganz im Zaun. Ja, er kommt richtig nah. Ah, wie schön. Zwei Stegos. Das ist echt cool. Schnell wieder hinein. Wie geht man in das Vordere? Komm, lauf, Dandi. Und wieder hinein. Wir haben es geschafft. Perfekt. Oh, ich höre was. Und da ist auch ein Dino. Ein Stego. Kommt sogar zu uns gelaufen. Wie schön. Oh Gott, was macht der? Oh, ich dachte gerade, der bricht durch den Zaun. Ich dachte, das wäre irgendwie so eine Animation, dass er jetzt ein Auto umrammt oder so. Das sah halt voll so aus. Gott sei Dank hat er es nicht getan. Hm. Leider nicht. Nichts zu sehen, nichts zu hören. Können wir nochmal hier mit der Sicht gucken. Ne. Wärmesicht sagt auch nein. Aber er kommt schon direkt... Oh, jetzt kommen wir zum T-Rex-Gehege. Ich sehe es schon. War vorher noch ein anderes Gehege. Ja, hier ist auch der Berg im Hintergrund. Der Zaun fängt anders an. Hier steht ein Jeep. Hier können wir dann auch selber weiterfahren. Das ist sehr gut. Oh, da ist eine Ziege. Oh, wir halten an. Aua. Ey. Wir fahren gleich selber weiter. Hier ist sogar die Ziege. Cool ist das denn? Die Arme. Wird die gleich gesnackt? Oh, die Jeeps halten hier sogar an. Oder was machen die jetzt? Achso, man soll hier aussteigen. Ich dachte gerade, was machen die denn jetzt? Okay. Passiert hier gleich noch was? Kommt jetzt hier noch Rexy? Hier ist auch das Toilettenhaus. Wo sich der eine Typ dann reinflüchtet, weil er die Kinder am Stich lässt. Der riesige Berg im Hintergrund. Hier ist auch dann der Abhang. Um das Ganze zu erklären im Film, wo die dann hier runterfallen. Nicht schlecht. Also schon cool gemacht. Aber ich glaube, einen Rexy kriegen wir hier nicht mehr zu Gesicht. Sehr, sehr schade. Ich muss leider auch sagen, dass hier in dem Spiel einige Filmfehler vorhanden waren. Leider, leider. Hier scheint noch sehr viel geplant zu sein. Zum Beispiel auch, dass am Anfang da halt Triceratops und Brachius zusammen waren im Gehege. Das hätten eigentlich Paras und Brachius und Gallis, glaube ich, sein müssen. Weil die Mimus haben wir auch noch gar nicht gesehen. Sehr, sehr schade. Und wir haben auch nicht diese Wiese gesehen, wo dann der erkrankte Triceratops liegt und dann Dr. Grant so richtig schön sein Ohr so auf den Bauch legt. Das ist ja auch so eine tolle Szene. Vielleicht kriegen wir nämlich jetzt nochmal die Ceranodon zum Abschluss in Nea zu Gesicht. Das ist wirklich wunderschön. In diesem tollen Nebel. Ah, da fliegen sie. Auch so tolle Tiere. Richtig cool. Mal schauen, ob wir da durch diese Tunnel gehen können. Wo die dann am Film auch sind. Oh, da fliegt er ganz nah. Oh, das ist so schön. Ich suche hier gerade einen Eingang. Das hier sieht so aus, als wenn es hier rausgeht. Aus dem Gebäude. Schauen wir doch mal, ob wir da reinkommen. Das würde ich richtig feiern, wenn wir da nochmal hoch könnten. Ah, ich habe jetzt rausgefunden, wie es geht. Man muss hier eine andere Taste drücken. Und jetzt sind wir in dem Käfig. Oh, wie schön. Jetzt können wir nochmal hoch zum Abschluss. Ich hoffe, wir kriegen jetzt nochmal einen Terranodon von ganz nahem zu Gesicht. Das ist echt cool. Da kommt so ein bisschen Jurassic Park 3 Feeling auf. Da war das ja mit der Aviary. Ich kann mir echt vorstellen, dass wir den einen oder anderen Dinosaurier übersehen haben. Gerade Galimimus habe ich ein bisschen vermisst. Parasorolophus habe ich vermisst. Natürlich die Fleischfresser. Aber, äh, ja. Könnt ihr gerne mal reinschreiben, was es hier noch so zu entdecken gibt. Weil die Welt ist schon sehr, sehr groß. So, Leute. Wir sind ganz oben angekommen. Da fliegen die Terranodons. Irgendwo um uns herum. Vielleicht werden wir angegriffen. Ne, Quatsch. Ja, das soll es aber mit dem heutigen Video gewesen sein von Jurassic Planet. Hat mir ja richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Es gibt ja noch den Survival-Mode. Den würde ich aber dann in einem... Hey, was rückst du denn dazwischen? Den würde ich dann in einem anderen Video mal ausprobieren. Falls es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Däumchen da, falls euch der Kanal gefällt. Dürft ihr auch gerne abonnieren. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Bleibt gesund. Euer Dandy. Komm, durch die Beine durch. Das schaffen wir. Oh, was ist denn jetzt passiert? Oh mein Gott. What is happening? Oh oh. Houston, we have a problem.